Es läuft nochmal. Warum ist das jetzt ausgegangen? Hier ist beschossen worden. Hier sind alte Einschusslöcher. Hier sind alles Einschusslöcher hier. Haben sie reingeschossen. Da. Hier oben. Wo es hier oben noch lang geht. Hier sind auch noch Bunga drin. Oder irgendwas tiefes. Ich seh es ganz schlecht. Komm mal her. Langsam hier lang Max. Mach langsam vorsichtig. Warte mal. Ich komm zu dir. Wir gehen andersrum Max. Wir gehen andersrum. Geh runter, geh runter, geh runter. Hier oben gucken wir mal schnell. Hier hinten überall, da hinten sehe ich das nächste Objekt. Da hinten ist das nächste Objekt. Hier drin, da ist ein Bunker. Oder irgendwas. Aber ich weiß nicht wie man ankommt. Das nächste Mal müssen wir gucken. Da hinten ist noch ein Ding. Ja, warte mal. Wie kommt man hier rein? Guck mal her. Hier geht es gleich durch. Guck mal her. Hier kommen wir vielleicht lang Max. Was haben wir hier noch alles? Ein Haufen Scheiße drin, ey. Sehr interessant hier. So. Warte mal. Hier geht es irgendwo rein. Stimmt. Bloß die Frage ist wo. Da. Hier drin, ne? Hier gibt es mal nochmal hier. Wo es hier so drin ist. Oh, wir haben sie getestet, Max. Wir haben so Munition wahrscheinlich getestet. Wie es aussieht. Hier drin eine Sprengung gemacht und so ein Zeug. Hier die Einschlagslöcher. Guck mal hier. Wir haben so. Fass mal nichts an. Nichts. Guck mal hier oben. Da haben sie auch geschossen. Die Beschusslöcher hier. Wir haben so Zeug getestet. Pass auf, hier sind Glasfasch. Nicht, dass ich die Füße schneide. Hier drin haben sie Beschuss gemacht und so Zeug getestet. Sprengung. Wahnsinn, ey. Okay. Boah. Wahnsinn, ne? Okay, jetzt gucken wir uns das nächste Mal nochmal besser an hier. Ich weiß nicht, wo die Waffen sind. Guck mal die Löcher an hier, weil sie hier reingewamst haben. Wahnsinn, oder? Voll unter Beschuss genommen hier. Wahnsinn. Guck mal, jetzt folgt das Metalldeckefetz hier. Ja. Bis auf den Beton runter hier. Wahnsinn, oder? Ja. So, jetzt gucken wir nochmal hier rüber. Oben hat es durchgeschossen durchs Loch. Okay. Guck mal weiter da. Komm mit. Hier hinten. Was haben wir hier? Aha. Was haben wir denn hier? Feine. Das sieht nur von außen hier. Stützmauern. Aber da hat auch wieder jemand irgendwie Kumpel abgelagert, wie es aussieht da drinnen. Was ist denn das für ein Metallding da hier? Was da steht. Hier haben wir die Scheiße an. Was ist denn das? Ich weiß nicht, wie das hier drin ist. Jetzt müssen wir uns das jetzt mal angucken. Ohr was. Ja, komm mit. Guck mal nochmal hier rüber. Ja. Ja. Was ist denn da oben? Was ist zum Teufel denn? Was ist das? Hochstand irgendwas. So sieht es fast aus. Na, komm mal runter. Was zum Teufel ist hier los, ähda? Also hier, das ist... Gibt's noch einen Haufen Zeug zu finden? ja wir kommen irgendwo hier hinten drin es dauert einen moment wir müssen laufen jetzt ja gut okay alles klar weiß ich bescheid auch jede menge hier ist wie schlafen und hier bunke höhlen und alle fabriken und so weiter und so fort bis gleich schatzi das haben wir gerade eine teststrecke gefunden wo sowas getestet haben wo sie munition getestet haben okay schatzi hier haben wir haben gerade gefunden jetzt hier wo sie für munition getestet haben wo sie so wände stahlwände beschossen haben und so ein zeug bis gleich ja komm gleich bis gleich noch mal hochgucken was haben wir denn hier für feine sachen was blut ist auch was ist da hinten los die so ein gewehr oben drauf oder irgendwas da kommen wir her da geht es auch wieder rein aber da gehen wir uns nichts machen hier ist auch wieder noch was hier hier schiesschatten max schiesschatten wie kommen wir denn da rein die unterirdischen eingänge brauchen wir dann noch da kommt ein loch da hinten ist ein rohr was rauskommt da ist ein die bunke auf jeden fall rein rein leuchten wie sieht es denn hier aus wie sieht es denn hier aus da für eine scheiße rein schieben da hinten da ist das drin dann müssen wir das nächste mal richtig lang mitbringen und da kommt man das ganze ist die zeug hier drin da geht es verdammt tief rein hier noch in das ding hier sind bergwald schon wieder was ist hier wir haben bestimmt bomben getestet oder irgendwas so sieht das aus hier hat auch mal was gestanden haben sie weggerufst hier da hier haben sie eine bombe getestet alle hier haben sie gesprengt guck an hier haben sie gesprengt hier haben sie was in luft gejagt wahnsinnsloch oder das hat ganz schön geknallt hier der trichter wenn du den trichter anguckst hier wahnsinn oder der trichter hier hat es geknallt ey wahnsinn wir gucken noch mal kurz hier auf die erhöhung hoch dann sehen wir dass wir rückwärts hier stinkt es auch noch so irgendwie nach munition nach pulver hier sind überall so sprengtrichter hier ist ein versuchsheld gewesen hier ist ein versuchsheld wo die munition und bomben getestet haben denke ich mal ansonsten wäre das ja nicht so zurück hier ist ein riesengebiet wahnsinn ok wir gehen jetzt wieder rückwärts max ne das nächste erkunden wir dann das nächste mal wir müssen uns ein bisschen besser aufrüsten dann gehts hier los dann gehts hier los wenn du mal kuchen dann guck mal nochmal das hat ganz schön gebums gemacht aber das gibt unser film 2 und dann das nächste mal wenn wir hier sind, gibt es mehr von hier das machen wir Max, dann nehmen wir da noch mehr mit alles klar, heute möchte ich nochmal hier hinter die Anhöhe schnell gucken nochmal hier schnell hinter die Anhöhe gucken hier hinten geht es weiter, hier hinten geht es dann weiter da können wir auch noch alles erkunden, hier unten liegt es auch schon wieder zu euch alles da, das ist noch ein riesen Gebiet hier, was zu erkunden ist ok ok Leute, hoffen wir mal, dass es euch gefallen hat bis hierher das ist das Testgelände, da haben die hier getestet und gesprengt und gezündet sauber sauber von hier drinnen aus haben sie es beobachtet ne, von da drinnen und haben hier hinten Sprengen durchgeführt damals Rathauszeiten am Ende ist das Video, wir hoffen dann, dass es euch gefallen hat Ciao Ciao